ja und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und neuen natürlich mod verstellung in ls 15 nummer 82 ja ihr seht ich bin bei der begrüßung etwas aus der übung ist schon eine weile her die letzte verstellung aber ich dachte mich warte und warte und warte wenn was kommt was mir als cool und fein erscheint und auch von den bewertungen her auf alle fälle ich würde mal sagen zeigbar ist dann mache ich wieder ein video und heute ist es nun so weit schön dass ihr hier beim neuen video mit dabei seid was haben wir hier und zwar eine scheiben ecke glaube ich ist das ja also gehört in die kategorie grubber beim ls 15 und ich würde sagen wir starten da wo alles beginnt und zwar im shop und nein einmal zu viel geklickt kategorie mods hier sind wir zu hause so ls 15 ihr merkt da bin ich jetzt gerade bisschen am schwitzen nun gut grubber und hier marcio presto 600 klingt irgendwie italienisch wenn ihr mich fragt ich weiß leider nicht ob der hersteller tatsächlich aus italien ist keine ahnung ich kenne die marke nicht aber lassen wir uns überraschen auf alle fälle bild plus logo sind mal schön preis sieht vernünftig aus arbeitsbreite bei einer arbeitsbreite von 6 metern benötigen wir 240 ps ich nehme jetzt einfach mal das vergleich weil hier haben wir ins auge sticht der camp chief master der hat arbeitsbreite 9 meter gut das ist ein schlechter vergleich ich brauche es mit 6 meter 8 meter hallo 6 meter 5 meter 180 ja hier haben wir 6 meter 80 breite das vergleiche dem und brauchen 280 ps ok ja gut alles klar lässt sich natürlich damit leben keine frage aber mit einem grubber kann man fälle für die nächste saat vorbereiten gut ich würde sagen shop alles klar passt preis auf alle fälle gut würde ich jetzt mal sagen weil ich selber mein gut feder statt ist jetzt natürlich das top modell die königsliga quasi unter den grubbern was ich so im kopf habe jetzt ohne prallen zu wollen und jetzt eine marke zu favorisieren ok passt shop lassen wir mal gut sein alles klar alles super alles easy textur check ich arbeite das jetzt ganz flott ab ich will das video gar nicht zu lange machen ich rede eh schon wieder zeugs was hier eigentlich in eine modverstellung nicht rein gehört aber ihr kennt mich ja ich laber einfach mal gern was mir einfällt nun gut eine modverstellung vorzubereiten wäre finde ich auch schwachsinn das kann man auch klipp und klar von der hand machen also vorbereiten im sinne von ich schreibe mir da keine ahnung was zusammen und überlege hier drei stunden nein so ist es nicht nun das ja textur typische ls 15 glanz würde ich jetzt sagen mir kommen das vielleicht ein tick viel vor nee das täuscht ich weiß eigentlich nicht ls 15 typische ls 15 ganz auspasst da würde ich jetzt mal sagen okay ja hier die rad aufhängen ist hier schon ersichtlich ist natürlich nicht ganz für meinen geschmack optimal ich würde sagen da würde noch irgendwo ein bisschen was gehen ich habe schon einen schicken traktor vorbereitet wir bleiben mal eine hut ein das bleiben wir allerdings aus nein poppala falsch gedrückt wurscht so sound ist eh ganz leise glaube ich ich musste jetzt noch mal kurz nach checken ja ist jetzt selber vorbereitung gleich zero dann koppeln wir das gute ding mal an wird eben an den heckkraft heber angespannt angekoppelt ja hier das sieht ganz in ordnung aus ich finde geiler wenn hier eine kugel wäre hier sind nur bolz nehmen quasi damit die optische das nicht in der luft hängt okay es liegt auf gut 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 habe ich eigentlich schon mal ein gruber ja natürlich habe ich schon mal ein gruber vorgestellt sprich wird dürfen doch da der letzte eine weile her ist wieder mal etwas genauer hingucken und ja hier drehen sich mal die reifen die reifen die rädchen das finde ich mal gut das dürfen glaube ich standard trelleburg sein ja standard also standard ls 15 keine extern eingefügten finde ich okay wünschenswert sind immer externe reifen mit richtig feiner schmackhafter textur die original sind nicht schlecht aber wirken ein bisschen platt so was haben wir funktionen senken und grobe aufklappen ich würde sagen als erstes klappen wir das ding mal auf ihr habt es gesehen hier der haken in der mitte barm deckel hydraulisch auf und ihr habt gesehen der macht auch wieder zu ich fuchtel hier schon wieder in meinem zimmer herum sehr geil also die aufklapp absenk automatik sage ich jetzt mal sieht nice aus jetzt können wir dennoch absenken geil da lässt eben dann die heckhydraulik das gewicht los und wir können gas geben ich grube hier mal den händler seinen asphaltbolzplatz über den haufen um mal zu checken ist die überhaupt eine textur verhanden und ja eine textur ist verhanden eine sehr schöne sogar animiert hier alles schön mit staub ich würde sagen wir heben das ding noch mal aus setzen hier noch mal zurück um ich bleibe jetzt bewusst bewusst freunde hier beim händler am asphaltplatz auch wenn es unlogisch ist ich will gar nicht zu viel rumgurken denn das ist die aktuelle version meiner map und ich will nicht zu viel zeigen und jetzt unabsichtlich quasi und ja der spielstand ihr vielleicht die aufmerksamkeit die aufmerksamkeit zu erkennen von wo ich sag nur live stream aufnahme da erfahrt ihr mehr deswegen will ich hier gar nicht zu viel rum fahren in der gegend also noch mal absenken ja hier ganz standardmäßig ganz schön ganz sauber geht er nieder und hier kommt dann schöner staub und eine animation mit textur dazu alles wunderbar ich finde das sehr gut mir gefällt der gerade richtig richtig schick 6 meter ok sind in real gesehen viel hier in ls 15 allerdings habe ich gesehen nicht sehr viel wenn ich das mal so sagen darf also im vergleich zu dem was ich sonst so in meinem mod ordner drin habe deswegen trotzdem auf alle fälle für jeden betrieb geeignet weil ja auch man braucht ein paar pferdchen vorne angespannt zum beispiel der glas eignet sich sehr gut funktionstechnisch haben wir noch welche möglichkeiten wir klappen jetzt wieder zusammen die reifen setzen auf drücken das ganze gerät in die höhe und die hebe zylinder ich nenne es jetzt einfach mal so zack und der haken hier in der mitte der klingt wieder ein genau perfekt dass hier nichts verrutschen kann fein ein drehlicht haben wir nicht eine rundum leuchte nein aber wir haben blink links blink rechts warm blink anlage und ein bremslicht ich würde sagen freunde perfekt ja eine rundum leuchte vermute ich braucht das gerät deswegen nicht weil es eine transport breite dass ich es raus bringe von drei metern hat und da glaube ich ist es nicht unbedingt erforderlich weil es keine überbreite ist oder korrigiert mich wenn ich falsch liege also wenn wir jetzt realistisch denken und das umlegen auf unsere schöne schicke reale welt auf alle fälle top von mir eine klare download empfehlung um ja die zinken hier sind vielleicht ich schreibe jetzt noch mal aus ich will jetzt gar nicht vor schnell schießen wir zinken hier sehen vielleicht ein bisschen ja die könnten spitze sein quasi ein bisschen schöner noch ausgemodelt ist wie gesagt da gibt es immer wieder ich glaube denn jetzt noch mal auf da gibt es immer wieder kleinigkeiten wo ich sagen kann okay da kann man sich schon noch mal heran setzen auf alle fälle da habe ich jetzt gerade geguckt drehen sich auch alle räder ja hier dreht sich alles die scheiben eben dann die walzen hinten richtig richtig fein okay lässig würde ich mal sagen wir leuchten das ding doch mal an okay es zerfällt nicht zu stauber es ist es keine vampire maschine nein spaß der kamera flach ja hier haben wir auch noch lichter das heißt hier haben wir auch noch blinker jawohl vorne auch ist jetzt selber nicht nur rückseitig sondern hier auch ich weiß die kamera führung im ls 15 wünschte ich manchmal wäre frei gut in dem sinne sind wir durch letzte check last but not least die log hier haben wir warte mal moment marcio presto hier haben wir das gekauft okay das darüber geht uns nichts anderes ist vom cosplay mein standard fehler okay keine ahnung ist nicht weit irgendwie beschrieben jetzt weiß ich nicht ich habe einige mods drin jetzt weiß ich nicht ob das von diesem mod kommt aber ich behaupte nein der kommt nicht direkt von dem marcio presto 600 in dem sinne auf alle fälle hier steht v1.1 okay ich dachte das ist die vereins alles klar auf alle fälle von mir eine download empfehlung freunde da könnt ihr mit ruhigen gewissen eure felder bearbeiten und sonstigen umflug damit anfangen auf alle fälle fahrt vorsichtig und ich würde sagen bis zum nächsten video ich bin raus tschüss ciao und bye bye